Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Tiny Tina's Wonderlands mit mir mal von der letzten folge haben wir ja wir wollten den Phil befreien der zu unrecht vermutlich zu unrecht wir wissen es nicht aber allein schon wegen seiner wegen seines charakters und seiner tiefen stimme wird er als böse abgestempelt und deshalb eingebuchtet wir haben ein zertifikat dass er gut ist von arschgaule selbst unterzeichnet und das sollen wir sie mal bringen machen wir doch mal das hier fertig das hier fehlt noch hier vorne geht noch werden wir hier hier rein hier alles machen hier vielleicht noch und dann hier hier da ist doch viel gehen wir mal weiter die bringen niemanden mehr um sie sind nämlich tot weil ich sie getötet habe schön schön piraten zu töten ist ganz schön piratenhaft dann kann ich dich ja rein lassen aber ich rate dir diesen schiel auge phil nicht zu verteidigen der freak ist noch fieser als mal levertron der ungnädige oder ich will nicht mehr soll finbreaker heißen aber so heiße ich ich werde dir das vor öffnen danke aber du solltest wissen dass du nicht so einfach zum gefängnis kommst das tor ist fest verriegelt wegen dieser gruseligen totems die schiel auge phil überall in der stadt aufgestellt hat die echt ansehliche wache da oben lässt niemanden durch bevor sich jemand darum gekümmert hat phil platziert also gruselige totems in der stadt das könnte schlecht für unseren fall sein dann lass uns die beweise zerstören ganz einfach da sind wir einmal der gleichen meinung zerstören wir beweise ich gut schüttel aber da ist so ein toter geister geist der hilfe braucht um sich an seinem riesen arsch von boss zu rächen der zufälligerweise total böse ist ich meine alle mögen rache und hassen das böse richtig außer den großen schätze ich aber den stürzt die sehbären erzählen von einem legendären rauftier mit dem namen puki das vieh soll einer alten beißzange namens tante anker gehören sein zorn ist einzigartig die kraft seines kiefers ohne gleichen viele haben versucht es zur trophäe zu machen doch puki machte hackfleisch aus ihnen allen ich bete dass ich dem monster nie begegnen werde ich bin freund mit dem also alles schick ästerhafter geist okay finde ich ja gut dass jetzt noch eine dritte quest kam weil sonst hätte es für die gebieten nicht aufgegangen oder das ist ja eine ewig lange quest gewesen mit dem pfüll ich mache das gerne die totems schrecken diese viecher ab und er hat es eigentlich nur gut gemeint und wollte die damit vertreiben ist besser als mein legendäres ding unregeneriert leben voll nice alles so verkaufen verkaufen nimm dieses geld sofort danke wir sind uns einig ich schmelze das in zauberkomponenten ein gib mir deinen müde und ich muss zugeben ich brauche deine hilfe will jemand etwas spaß haben brauch kein minzbonbon die 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 ich wollte ich da gerade auch drauf schießen aber gut der feuerball erledigt ja gesehen nicht reicht ja doch welche quest führt mich jetzt wohin ist dahin dahin mhm da kann ich eh nicht rein da kann ich gerade eh nicht rein sein schiff ist verankert ja ich glaube ja nicht ich habe doch noch nichts davon gemerkt dass der steigt das ist aber die große kanone eine sehr große kanone ein wasserrad ein wasserrad ich schreibe so schön dinge eine belohnung schmerzen so was haben wir hier so so ich kann ja niemanden nicht mehr Da habe ich einen Plink gehört. Oh, lass mich doch alles verlesen. Ein kräftiger Schluck, ja, da reicht es bei. Ich habe ihm gezeigt, wie man das macht. So, haben wir das erledigt? Da war es Bones. Du kommst gerade recht, mein lieber Lechans. Wind im Segel meines Herzens wurde gefangen genommen. Es war dieser diebische Piratenlord, der braun gebreite Gilbert. Ich werde ihn mit einem verhafteten Endermesser bearbeiten. Doch leider trägt er den besten Schutz, Lechans' Anschlagrüstung. Nachdem sich Gilbert letzte Nacht mit Süßholzraspeln seinen Weg auf unser Boot erschlichen hatte, stahl er eine Chance und verschwand. Muss diese Seezauberei benutzt haben, die hier auf der Insel so beliebt ist. Sprich mit der hiesigen Hexendoktorin. Wir müssen Feuer mit Feuer bekämpfen. Das ist doch fies, ist das. Anschlagrüstung ist kostbare Beute. Wenn man sie trägt, ist man unsterblich. Das sagt zumindest die Legende. Irgendwie hat Gilbert letztendlich die Rüstung vom Leib gerissen. Es sei denn er... Nein, er muss magische Teufelei benutzt haben. Die Hexendoktorin ist eine alte Freundin. Ihre Magie hat mir bei mancher sauren Seegurke geholfen. Die sind wie normale Seegurken, nur saure. Mhm. Klingt logisch. So. Ah. Ich suche die Hexendoktorin. Bist du das? Die schläft. Verdammte Seehexen. Das ist sie. Aber sie schläft. Oder ist in Trance. Oder einer Schlaftrance. Finde einen Weg, sie aus ihrem Hexenschlaf zu wecken. Aufwachen, Schlafmütze. Ich werd verrückt. Diese Trance ist tiefer als ein versunkener Semiotika. Aber keine Sorge. Es gibt da eine Kanone, die du steuern kannst. Setz einen Kurs. Willkommen bei Kanonen für Kenner. Wir haben alles für ihre Kanonenbedürfnisse. Kanonen für Kenner. Wenn es Kenner nicht kann. Willst du es auch mal versuchen? Klar. Oh, wie entzückend. Findest du nicht auch? Wumm. Ja klar. Gibt es das auch in, du weißt schon, großen Größen? Ich brauche etwas lautes. Okay. Die Gebärter? Kriegst du die Gebärter? Sie runter und verpasst hier etwas, das den richtigen Wumms hat. Zeigen wir allen, was der Clan vom fernen Berg drauf hat. Bereit machen. Das ist schon was größer. Aber ich glaube, die gehen wieder noch einen Schritt weiter. Ab above and beyond. Also wenn das das Größte ist, was du hast, ist das okay. Aber irgendetwas sagt mir, dass du es besser kannst. Aber die Drachenkanone ist verboten. Seit sie im letzten Zeitalter die Drachen des fernen Berges geweckt hat. Oh, ist das alles? Dann mal los. Nun gut. Drachenkanone. Drachenkanone bereit machen. In Ordnung, ihr Hunde. Lasst das alte Rohr aufsteigen, aus dem alle weltlichen Sorgen kamen. Heute... Das kann nur... Ja, genau. Das habe ich gemeint. Ist es nicht auflegen. Entvoll dran, ihr elenden Feigensäcke voll hart. Die Kunden können nicht den ganzen Tag warten. Dauert bestimmt nur noch einen Moment... Oh... Oh... Mist! Die Gutschaft wird sondern Haltersschwäche Gute Schlechte, nein Sie sind neu Die Kanone Ist bereit Bin gleich da Hatte einen Fehltritt Passiert Jawoll, jawoll Okay, ich bin wach Moment Ich bin wach Wer hat mich aus meiner Todesähnlichen Aber eindeutig nicht tot rausgerissen Wieder die blöden Kanonen Das muss die zweitlauteste Kanone sein Die ich je gehört habe Nur zweit Was ist denn jetzt so verdammt wichtig Um mir den Schlag zu rauben Sag mir wie ich eine Anschlagrüstung zerstören kann Der Grund geht dich nichts an Ich versuche nämlich einen Typen zu töten Der eine trägt Verdammt, sei es drum Kannst du helfen? Eine Anschlagrüstung zerstören? Unmöglich Es sei denn Es gibt hier noch mehr Hexendoktorinnen Wie mich Ich kann sie zwar nicht per se zerstören Aber Der Fluch des wahren Charakters Könnte aus einem Schalenfeigling Eine kleinere Kreatur machen Dann würde die Rüstung einfach abfallen Andererseits Könnte er daraus Ein bösartiges Riesenmonster machen Je nach Charakter Eins von beidem Ich stimme verletzt Und jetzt meine Hammerchenboss Ich sag dir was Triff mich in den hungrigen Höhlen Und wir stellen den Fluch gemeinsam her Ja geil Gut, dass du rechtzeitig gekommen bist Ein Zirkel der Gewundenen Ist neulich bei meiner Hütte aufgetaucht Und hat meinen Hexenkessel für sich beansprucht Wir holen ihn uns bald zurück Aber zunächst brauchen wir die richtigen Zutaten Mehr Hexen Allesamt Genossinnen und Konkubinen Vom braungebrannten Gilbert Bones Du bist es also Der eine Anschlagerüstung zerstören will Hat LeChance nicht eine besessen? Ich dachte Ihr zwei wärt wie zusammengebundenes Treibgut in einem schäumenden Meer der Liebe Ei, das sind wir Und werden es immer sein Aber LeChance wurde entführt Und seine Anschlagerüstung ruht auf der Brust Vom braungebrannten Gilbert Ich werde nicht ruhen Bis meine Liebe in meinen Armen liegt Und meine Klinge in Gebär steckt Kann das einfach sein, dass der fremdgegangen ist? Jetzt sammeln wir die Materialien für den Fluch in diesem Fluchbehältnis Oh Ich habe sie mit dem Behältnis Und wenn sie sich in Krabben verwandeln Erlöse sie von ihrem Elend Wir werden ihre salzige Essenz für den Fluch verwenden Ich habe der Hexendoktore nicht immer vertraut Aber sie hat mir immer aus der Patsche geholfen Sobald sie ihren Fessel hat Doch da oben Hat sie bestimmt etwas für unsere missliche Lage zusammenbrauen? Ich habe seine Werte aufgenommen Auf der Püße Sobald sie jetzt Sobald sie sich 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 Ein falsches Ich sollte mich besser Hinschel Sobald sie sich alle tot stimmt das war ja hier da musste ich kurz ließen platziere das flugbehältnis und beobachte wie er seine magie entfaltet okay noch mal ließen wir haben gesagt ich könnte auf einer spinne da war nummer zwei klitsch 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 jetzt kommt es ja gut ach kaputt du hast meine gewundenen freunde auf dem gewissen stell dich mir ich will ihre mörder ins auge sehen guten tag du bist mein stattlicher geheimnis von der mörder du schließt dich meiner untoten mannschaft an natürlich erst wenn wir dich tot gemacht haben nini nini lass mal ich hänge am leben mannschaft dann geht's äh halte durch solange du kannst der alte bounce ist auf dem weg ich rufe dich hydra ich fühle mich magisch magisch du bist ein kleiner killer nicht wahr feuert eine breitseite und feuert mehr breitseite ich würde an deiner stelle nicht weiter gehen aber hey warte ab was passiert das ist geil alles fliegt hier in die luft das ist das ist das ist Irgendwann, dieser verräterische Jakobsmuschel fliegt. Er stimmt zurück in seine Höhle. Ich kann dich holen, Gilbert. Sag eine Chance, dass ich euch beide hole. Diese verdammten Seehexen haben mein Zuhause verwischtet. Oh, Bones, gut, dass du aufgetan bist. Es ist zu viel Zeit seit unserem letzten Abenteuer vergangen. Praktizierst du noch immer dunkle Meermagie? Würdest du mich sonst um Hilfe bitten? Du, wirk nur die Fluchessenz in den Kessel. Ah, das ist wirklich schrecklich nett von dir. Tausendmal Dank. Gut gemacht, Hexendoktorin. Du auch, Herzchen. Wie du auch heißen und was du auch tun magst. Los, zur Höhle vom braungebrannten Gilbär, um La Chance zu retten. Wir sollten uns beeilen. Ist ein langer Marsch vor einer längeren Schwimmstrecke. Du kannst doch schwimmen. Bones, du beleidigst mich. Lass mich ein Portal für dich öffnen. Oh. Du erstaunst mich immer wieder. Na los. Du bist schon seit vielen Monaten mit La Chance zusammen, Bones. Warum hast du ihn nicht zu deinem Lebensges... Oh. Ah. Ja, dieses Gebiet hatte ich mir schon gedacht, dass da irgendwas passiert. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass La Chance das eigentlich auch wollte und Bones es jetzt nicht gemacht hat. Und um ihn eifersüchtig zu machen, hat er sich jetzt an den braungebrannten gewandt. Und es eskaliert jetzt wieder natürlich alles. Wie immer. Es eskaliert immer. Ja. Da ist nichts. Da sieht aber wie die größere Boss Arena aus. Okay. Okay. Um, komm raus. Sehr nice. Der braungebrannte. In der Nähe flattert eine Gedichtseite im Wind. Könnt ihr die Piratendirne mit einem Schiff süßer als jede Birne? Wo das Gedicht herkommt, gibt es noch mehr davon. Redet einfach mit dem Poeten in der Taverne von Prachthub. Nee, nee. Lass mal. So, damit sind wir hier auch durch. Parley. Parley. Verzeihung. Parley. Ich muss zu einem Parley. Nur ein kurzes Parley mit dem Kapitän. Wenn das in Ordnung ist. Oh. Ein bisschen Nutzwerk. Parley. Parley. Hast du einen Termin? Parley? Nein, den hab ich nicht. Das ist doch kein Problem, oder? Parley. Darf ich fragen, worum es bei dem geplanten Gespräch mit Kapitän Gilbert geht? Parley. Parley. Er muss LeChants aushändigen, oder ihm wird etwas Schreckliches und Gewalttätiges passieren. Parley. Das klingt wie eine Drohung. Ich dachte, wir würden verhandeln. Vielleicht solltest du ein paar Manieren lernen. Auf keinen Fall lassen wir dich mit dieser barbarischen Einstellung rein. Verdammt sei der alte und subtile Kodex des Parley. Das Piratenrecht schützt diese Landratten. Ihr könnt sie nicht einfach niedermähen. Ich erinnere mich, dass wir eine Menge Zeit und Mühe damit verbracht haben, Fluchsaft zu sammeln. Würde das hier funktionieren? Genial! Das könnte funktionieren! See-Kreaturen unterliegen bestimmt nicht dem Piratenrecht! Verpass ihnen einen Fluch! Äh... Hm... Wo denn? Ah! Es hat funktioniert! Sie teilen durch ihre Freiken Rücken Schilder auf! Und jetzt füllt er diese niedlichen Kraft! Das war knapp! Wir haben fast Piratenrecht! Echt, aber... Wir hätten ohne Piratengericht landen können! Das hätte ein Piratenbußgeld gegeben! Oder sogar gemeinnützige Piratenarbeit! Und jetzt töten wir diesen betörenden Gewehr! Und befreien meinen lieblichen Letzschatz! Vorwärts! Hm... Hm... Das machen wir aber erst in der nächsten Folge! Haha, ich hab nämlich gerade auf die Uhr geguckt! Und wir haben gerade die 30 Minuten Marke geknackt! Und ist bei meiner Aufnahme! Somit sage ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen und ich hoffe es hat euch gefallen! Und wenn ihr wisst, ihr liken, subsriben und wenn ihr es noch nicht euch getan habt, die Notation-Bild aktivieren! Das YouTube-Bassist mehr von uns sehen wollt! Sollt ihr euch überhaupt nicht benachtigen, was von uns abgeht, gibt es auch den Twitter-Karten für Dennis, dem ihr Follower drücken könnt und einen Schinken und alle Fits angezeigt werden! Ihr habt euch bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal!